Nach einem Dreivierteljahr Pause dürfen Blauweiß90 und Hertha BSCs zweite Mannschaft wieder Fußball spielen. Sogar 100 Fans dürfen an der Rathausritze dabei sein. Natürlich alle entweder genesen, geimpft oder getestet. Es ist ein hochkarätiges Spiel, um Ante Czovic wieder an der Seitenlinie bei Hertha begrüßen zu dürfen. Zwischen 2013 und 2019 trainierte er bereits die Reserve. Sein Gegenüber Marco Gebhardt ist seit 2015 beim aktuellen Oberligisten an der Seitenlinie. Davor war er als Co-Trainer bei Dynamo Dresden aktiv. Es brennt auf dem Platz, zumindest was die Temperaturen angeht, kein Statten. Stattdessen prallt die Sonne auf die Spieler und die Zuschauer. Blauweiß in den Vereinsfarben von links nach rechts will sich keine Blöße geben. Die erste Chance ist gleich das erste Tor. Mensa mit dem 1 zu 0 für Blauweiß. Diese Ferngesänge haben wir alle vermisst. Mensa behält im 1 gegen 1 gegen Palmowski. Die Oberhand hat sehr viel Platz und verschafft Hertha zum Start dieser Partie eine ordentliche Abkühlung. Der Regionallegist versucht den direkten Gegenschlag zu setzen. Ein langer Ball findet vorne Martin Winkler. Nico Wiesner im Tor macht sich aber ganz breit. und verhindert den Ausgleich durch den einmaligen Bundesligaspieler auf Seiten der Hertha. Natürlich gibt es auch eine Abkühlung bei diesen hohen Temperaturen. Eine gute Gelegenheit für Anteturvic, das anzusprechen, was bisher nicht so gut gelaufen ist. Danach nimmt das Spiel mehr an Fahrt auf. Insbesondere das Spiel der Hertha ist wesentlich attraktiver. Martin Winkler aus spitzen Winkel könnte flanken, macht es aber selber und ist erfolgreich. Jetzt hat er sein Tor. Die Hertha gleicht aus. In den wenigen Spielen der letzten Saison pendelte Winkler immer zwischen A-Junion Bundesliga und Regionalliga Nordost hin und her. Dadurch bekam er noch relativ viel Spielpraxis vor der Zwangspause. Sein einziges Tor erzielte er bei der U19 gegen Einsbüttel. Blau-Weiß gerät ins Hintertreffene. Signalrot wirft Angriff um Angriff nach vorne auf das Tor von Wiesner. Blau-Weiß geht früh drauf und verursacht dadurch Lücken. So wie diese hier. Die sieht Geyrett und der schickt Karaman auf die Reise. Ein Heber über den Keeper. Und Hertha dreht die Partie 2 zu 1 nach nicht mal einer halben Stunde. Der ehemalige U-Nationalspieler der Türkei macht das sehr stark. Wartet lange bis Wiesner auf dem Boden liegt, um dann geschickt einzulupfen. Letzte Saison kam er zu Hertha. Dabei startete seine Karriere so richtig beim Rivalen. Er durchlief nämlich alle Jugendabteilungen von Union Berlin. Das ist aber Vergangenheit. Es zählt, was hier auf dem Platz passiert und da ändert sich nichts. Hertha weiterhin auf dem Vormarsch. Sie spielen schnell und zielstrebig. Der Pass auf Emin Can Tekin. Und so einfach kann es gehen. 3 zu 1 durch einen der vielen Spieler aus der hauseigenen U19. Auch Tekin hat bereits U-Nationalmannschaftserfahrung. In der U16 und U17 war er bereits bei der Türkei und Deutschland mit von der Partie. Für Nico Wiesner ist das eine schwierige erste Halbzeit. Viele Chancen kommen auf sein Tor und viele gehen auch rein. Die Fehler liegen aber nicht auf seiner Seite. Die gehen schon viel früher los. Der Angriff von Blau-Weiß schafft es aber trotzdem mal wieder in die gefährlichen Gefilde zu kommen. Ein weiter hoher Ball ist das Mittel zum Ziel. Und das Ziel heißt Mike Brömer, der versucht es. Scheitert aber an Florian Palmowski im Kasten. Es ist eine der wenigen Chancen, die die Spieler von Blau-Weiß auf das Tor der Hertha bringen. Die wiederum kann sich sehr leicht durchkombinieren. Karaman alleine vor Wiesner. Der geht dann etwas ungestüm rein. Und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt, es gibt Strafstoß für Hertha BSC. Wiesner diskutiert nicht, nimmt die gelbe Karte hin. Die Entscheidung ist die richtige. Der Kontakt ist da. Und somit hat Hertha nun die Chance, noch vor der Pause auf 4 zu 1 zu stellen. Die Aufgabe übernimmt Timur Geiret gegen Wiesner. Und der Gewinner in diesem Duell heißt Geiret 4 zu 1. Den jagt er wie ein Profi in die untere rechte Ecke. Keine Chance für Wiesner. Mit diesem Ergebnis geht es dann auch direkt in die Pause. Ante Czovic ist sichtlich zufrieden mit dem Einstand seiner Mannschaft. Die Trainerbank von Blau-Weiß guckt derweil in die Röhre. Nach dem Seitenwechsel reißt Hertha nicht ab. Das soll eine ganz eindeutige Nummer werden. Über Umwege und Pressbälle landet der Ball bei Golombek. Und Wiesner kann diesen Ball nur ins Tor schauen. Eine starke Ballannahme führt zum 5 zu 1. Paul Golombek ist zur Pause reingekommen für Timur Geiret. Das Torschützenzeptor hat er gleich mit übernommen. Sonst spielt Golombek eigentlich in der U19 von Hertha. Für die hat er nur 13 Minuten in der letzten Saison gespielt. In dieser Zeit hat er aber immerhin ein Tor erzielt. Die letzte Partie von Blau-Weiß vor der Pause war ein souveränes 3 zu 0 gegen Hansa Rostock. Zweite Mannschaft. Von diesem Ergebnis sind sie hier weit entfernt. Doch sie versuchen es. Durch Mensa. Und der hat das 1 zu 0 gemacht. Und macht hier das 2 zu 5. Ein gut ausgespielter Angriff. Das sehen auch die Fans so. Mensa hat die Schnelligkeit, um an der Verteidigung vorbeizupreschen. Gurschke hat im Laufduell das Nachsehen. So kann Mensa seinen zweiten Treffer in diesem Test erzielen. Diese Notiz landet natürlich auch auf dem Zettel von Marco Gebhardt. Hertha auf der anderen Seite wiederum sehr sorglos. Es ist schließlich auch ein Test. Da kann man zeigen, was man drauf hat. Das weiß auch Ali Abu-Alfa. Der umtribbelt nicht nur einen, sondern noch einen Spieler von Blau-Weiß. Nur ein Bein kann ihn aufhalten. Und dieses Bein pfeift Fabian Zastrow. Es gibt erneut Strafstoß für Hertha BSC. Auch diese Entscheidung ist völlig unstrittig. Man sieht, wie das Bein nachgibt, als Abu-Alfa drüber stolpert. Ein eindeutiger Kontakt, ein eindeutiger Strafstoß. Und nach diesem Solo hat sich Abu-Alfa die Chance verdient, dieses mit einem Tor zu vollenden. Diese Aufgabe nimmt er an und löst sie souverän. Das halbe Dutzend ist voll. Es steht 6 zu 2. Abu-Alfa stand vor ein paar Wochen noch mit dem Berliner AK im Landespokalfinale. Jetzt brilliert er mit seinen Dribblings für Ante Czovic. Das zeigt er auch in dieser letzten Szene. Da macht er das 7 zu 2 voll Doppelpack. Ali Abu-Alfa. Für seine 21 Jahre ist er schon ganz gut rumgekommen. TB Union Berlin, Borussia Mönchengladbach. Dann der Sprung in die erste Mannschaft für Rot-Weiß Erfurt. Ein erfahrener Mann, der Ante Czovic in Zukunft weiterbringen könnte. Danach ist Schluss im Traditionsduell. 7 zu 2 gewinnt Hertha BSC. Ante Czovic, einstatt, ist auf jeden Fall mehr als geglückt. Seine Einschätzung zu seiner Rückkehr und im Spiel hört ihr jetzt bei Tobias Tochala. Ja, dass jeder weiß, welche Verbindung ich zu diesem Verein habe. Jeder weiß meine Haltung zu diesem Verein. Man kann nicht nur sprechen, sondern sollte sie auch vorleben. Darum freue ich mich wieder hier zu sein. Diese Freude ist ihm auf jeden Fall anzumerken. Bei diesen Bildern sieht man auch die Jugendarbeit der Hertha. Hat mit Ante Czovic auf jeden Fall einen Mann wieder, der diese Aufgabe nicht nur liebt, sondern auch lebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.